Oh, mir war es ganz wichtig, dass ich euch sage, ich finde es super cool, dass ich jetzt 100 Abonnenten habe. Als Dankeschön gebe ich euch die Chance, ich koche, was ihr wollt. Schreibt einen Kommentar und schreibt hin, whatever. Und der Kommentar, der am meisten Likes hat, den koche ich dann das nächste Mal für euch.